Hallo meine lieben Zuschauer, heute gibt es mal ein Video außerhalb der Reihe, weil das Thema ist wirklich extrem wichtig und hoch aktuell. Und zwar, wir YouTuber, die eine andere politische Meinung haben, werden aktuell wieder extrem stark von YouTube zensiert. Und zwar sperrt YouTube uns unsere Kommentarfunktion unter den Videos. Ich habe die letzten zwei Tage von euch einige böse E-Mails bekommen, die gesagt haben, warum sperrst du die Kommentarfunktion unter deinen Videos, das ist doch Zensur, jetzt bist du schon wie alle anderen. Und da muss ich sagen, nein, ich würde niemals die Kommentarfunktion unter meinen Videos zumachen. Für mich ist es wichtig, dass ihr dort kommuniziert, dass wir uns austauschen können, dass ihr eure Kommentare und eure Meinung lese. Ich würde das nie machen. Das Ganze macht YouTube. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen YouTubern, bei Chrissy, bei Olli, bei dem Legonär und vielen anderen. Die anderen haben auch schon Reaktionsvideos darauf gemacht. Und zwar sperrt YouTube bei verschiedenen Videos, bei nicht allen, aber bei verschiedenen Videos auf dem Kanal komplett die Kommentarfunktion. Und das Ganze passiert automatisiert und völlig willkürlich. Und ich selber kann die Kommentarfunktion dann wieder freischalten. Aber fünf Minuten später ist sie wieder automatisiert gesperrt. Also ich kann ja nicht den ganzen Tag da sein und das immer entsperren. Und wir haben YouTube auch schon angeschrieben, was das Ganze soll. Die haben natürlich abgewiegelt, ja, wir wissen davon nichts. Und wir leiten das mal an unser internes Team weiter, was sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr darum kümmern wird. Also entweder haben wir hier ein riesengroßes technisches Problem, einen riesengroßen Bug. Das kann ja auch sein. Da es aber hauptsächlich die Politikkanäle betrifft, kann es natürlich wieder gut sein, dass YouTube hier stark zensiert. Und zwar dem Antidiskriminierungsgesetz von Frau Faeser sei Dank. Unsere Politiker machen wirklich alles, dass die politische Konkurrenz, dass die Alternativen so gut wie möglich ausgeblendet, zerstört, zensiert werden und so weiter. Die Politiker ertragen einfach keine politische Konkurrenz und sie ertragen es nicht, dass wir in Deutschland eigentlich Meinungsfreiheit haben. Und deswegen gibt es jetzt wieder solch krasse Methoden, in denen einfach die Kommentarfunktion gesperrt wird. Und es ist ja nicht nur, dass ihr nicht mehr Kommentare schreiben könnt. Das hat ja viel größere Auswirkungen. Weil der YouTube-Algorithmus funktioniert ja so, je mehr Interaktion mit einem Video stattfindet, desto mehr strahlt YouTube diese Videos an die ganzen Zuschauer aus. Also je mehr ihr die Videos liked, je mehr ihr kommentiert, desto mehr zeigt ihr YouTube damit, dass das Video für euch interessant ist und desto weiter wird das eine große Masse ausgespielt. Wenn YouTube jetzt aber die Kommentarfunktion sperrt, dann könnt ihr nicht mehr kommentieren. Die Interaktion mit dem Video geht auf Null und damit sagt sich YouTube, ach, das Video scheint ja nicht so beliebt sein, weil es keiner kommentiert. Und deswegen zeigen wir es jetzt nicht den anderen Leuten. Also ihr seht, das hat riesengroße Auswirkungen und das ist wirklich eine riesengroße Sauerei. Und ich hoffe wirklich, dass YouTube das Problem sofort in den Griff bekommt. Und euch möchte ich bitten, etwas Geduld zu haben, darauf zu warten, dass die Kommentarfunktion wieder freigeschaltet wird. Ich versuche es, wie gesagt, drei, vier Mal am Tag zu machen, mehr ist aber nicht drin. Also immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommentiert und ansonsten wartet ab, bis diese Zensur hoffentlich wieder aufgehoben wurde, dass ihr dann wieder Vollgas geben könnt. Bitte teilt dieses Video in allen sozialen Medien. Das muss wirklich jeder wissen, dass nicht wir YouTuber das Ganze zensieren und die Kommentarfunktion ausschalten, sondern dass das von YouTube direkt automatisiert passiert. Deswegen bitte teilt das, das muss jeder wissen, dass es dort keine Missverständnisse gibt.